Hey und ho und so, ich befinde mich immer noch auf unserer Großbaustelle in Maka. Und, muss jetzt dringend mal rausrennen, brauche noch ein paar Stämme Pinienholz. Das ist mir viel zu knapp, habe ich schon fast befürchtet in letzter Zeit. Öfters mal gedacht, ich komme mit Pinienbaus und ich lasse es nochmal stehen. Und jetzt ist es soweit, ich komme nicht weiter mit meinem Schlafgemach. Das hat allerdings trotzdem schon einige Fortschritte gemacht. Es fehlt eigentlich nur noch das Pinienholz. So, erstmal ein kleiner Blick in den Dschungel. Ja, die schnappe ich mir auch mal hier, weil ich doch jetzt mehr von den Tintensäckchen benötige. Ich muss mir noch ein Buch bauen, wo ich dann reinschreibe, welche Projekte ich hier in Maka habe. Habe ich immer noch nicht gemacht. Und, ja, da wollen wir mal sehen. Außerdem, ja, genau, graue Wolle habe ich hergestellt. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir zurückkommen, sofern wir es schaffen, wieder zurückzukommen. Obwohl mein Spawnpunkt jetzt inzwischen doch endlich mal hier auch wieder gesetzt ist, oben im Baumhaus. Habe ich gerade doch mal geschlafen. Das ist auch immer ein schönes Tal hier. Jetzt brauche ich nur Pinien. Hallo. Pinien. Ich brauche einfach nur Pinien. Na gut, laufen wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend heute. Nachdem wir ja wieder so viel gebaut und in der Höhle verbracht haben. Haben wir in den letzten zwei Folgen denn überhaupt mal jemals das Tageslicht gesehen? Doch, ich glaube einmal ganz kurz, ne? Als wir da die Treppe hochgelaufen sind. Aber sonst war es doch nicht viel bestellt hier mit Tageslicht. Ah. Ja, jetzt bin ich schon fast in dem Sumpf hier. Aber ich brauche einfach nur Pinien, Herrgott. Wo waren denn welche? Ach, ich bin ja auch völlig blöde. Ja, jetzt wo alles schon zu spät ist, da fällt mir natürlich ein, wo ich Pinien habe. Na komm, machen wir das Beste draus und ernten einfach mal alles so ab, was wir so unterwegs finden. So, vielleicht könnte ich hier auch nochmal eine Schere ins Inventar legen. Ja. Plopp. Noch ein bisschen Wolle. Äh, weil was, ja, ist einfach so in der anderen Richtung. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Schnee. Ja, ja, ja. Genau. Ach, wunderbar. Wunderbar. Na, hätten wir hier einfach nur in der Schnee-Richtung laufen müssen. Falsche Richtung, falsche Richtung losgerannt. Gut, jetzt erstmal die olle Axt beseitigen. Dann ist die auch mal weg. Und dann würde ich mal sagen, huch, das... Hol ich mir mal hier so ein paar Bäume. Denn ich muss mir noch, äh, ein bisschen für diese Dickenbalken Holz sichern. Und die ich ja eben in diesem dunklen Holz machen möchte. In meinem Schlafgemach. Das war's. Erde. Prima. Äh, packt aber jetzt hier so ein bisschen rum, das Spiel. Weiß auch nicht, was es hat. Kann ich mich nicht leiden oder so. Es ist ganz schön, äh, zickig. So 1-3, ne? Muss man schon sagen. Also nicht die ganzen Schanklöcher, die man da jetzt immer hat, sondern... Ist ja viel. So zwischendurch mal was irgendwo kaputt geht, irgendwie merkwürdig aussieht. Hatte da auch, vielleicht wenn wir zurückkommen, sehen wir das sogar noch. Da hab ich noch so ne komische Stufe an dem... An der Baumwindeltreppe. Oh Mensch, da müssen wir uns jetzt auch noch ein paar... Bisschen Dschungelholz sichern auf dem Rückweg. Dafür hab ich ja ne Baumschule da. So. Pass mal auf. Jetzt pflanzen wir hier ein... Was hab ich denn jetzt eigentlich? 42? Joa, komm. Das ist schon ganz okay. Damit kommen wir jetzt erstmal über die Runden. Ja, klar. Dann lassen wir jetzt erstmal dabei. Da kommen wir ja schon prima mit hin. Sammeln wir das hier alles mal ein. Können wir vielleicht ab und zu auch an der Baumschule mal einen Baum hochziehen. Von dieser Sorte hier, ja. Und du bist jetzt auch nochmal. Die ist ja warm, ne? Ja, ist ein heißer Tag heute. So. Huch. Komm, nix wie weg, bevor ich jetzt hier noch stundenlang rumstehe und auf die kleinen Setzlinge warte, die vom Himmel regnen. Mal lieber hier weiterlaufen und zurück an dieses schöne... Ja, da muss ich auch nochmal irgendwas, äh, werde ich hier nochmal bauen. Das ist wirklich sehr nett. Zumal ich hier auch schon... Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals nochmal gezeigt hab. Ich hab hier auch draußen den Weg noch... Naja, ein knappes Stückchen noch weitergeführt. Sollten wir jetzt eigentlich rankommen, sobald ich mir die Schäfchen gecashed hab. War dann alles... Ein bisschen kniepig, die Schafe. Sind die, haben die weniger? Geben die weniger Wolle in letzter Zeit? Kann das sein? Äh, erstmal hier raus aus dem Sumpf, so. Ist das denn da ein Braunes? Das ist auch mal selten, ne? Nehmen wir das auch mal mit. Ist Inventar voll? Nein, das Inventar ist voll. Was schmeißen wir denn jetzt mal weg? Ich kann mich nie trennen von den Sachen, das ist das Problem. Ich kann mich nie trennen. Ach komm, ist jetzt... Oh, oh, hoppla. So. Und zwar, ja, bis hierhin bin ich dann irgendwie so halbwegs gekommen. Hier den Weg einfach noch ein bisschen weitergeführt. Hier alles schön befestigt. Kann man jetzt wunderbar langlaufen. Und die wachsen insgesamt sehr langsam hier, die Kürbisse. Aber es liegt daran, dass ich hier selten bin. Ja, es ist so weit weg, wo wir da hinten in Maka sind, in der Tempelstadt, dass das hier einfach... Achso, was mache ich denn? Ich habe doch sowieso kein... Komm, dann hole ich mir noch ein bisschen, äh... Das habe ich jetzt alles nicht im Inventar. Komm, die Stöcke raus, so. Ja, nee, es ist alles so weit weg, dass sich hier die Chunks abschalten und dann wächst da natürlich auch nichts in der Zeit. So, die kann ich gar nicht jetzt pflücken, weil ich noch völlig überfüllt bin hier. Ich bin ja wieder mal... Nicht gerade sehr auf Zack heute gewesen. Das sind jetzt alles Sachen, die ich gleich brauche. Gut. Macht nichts. Holen wir uns das halt später. Verbauen wir jetzt erstmal ein bisschen... Guck mal, trifft sich auch gut. Es wird nämlich jetzt schön Abend. Da können wir nämlich drinnen schön unser Bettchen machen. Vielleicht schaffe ich es sogar noch in dieser Nacht, äh... Das Bett dann da hinzustellen. Müssen wir von oben vom Baum holen. Und dann möglichst natürlich auch schnell noch was schlafen, damit der Brutpunkt gesetzt wird. Sonst landen wir nämlich wieder auf Burg Wasserstein. So, ist das richtig, was ich jetzt hier mache? Oder wollte ich noch irgendwas erledigen? Nö. Ist doch alles nicht so schlimm. Wir haben heute die Ruhe weg, ne? Und werden das in aller Ruhe erledigen. Hey, hey, hey. Ist da was neuerdings anders an den Karten? Ich hab da manchmal jetzt immer neuerdings so Probleme beim Aussteigen. Diese übliche, normale Bewegung, die ich normalerweise so mache, die funktioniert irgendwie nicht mehr so. Ich steige immer ganz krumm und schief merkwürdig aus. Ich muss erst mal hier in die Kammer. Ah, ist mir auch ein bisschen gefährlich hier, so. Äh, lassen wir mal eben ein bisschen Zeug hier. So, was geht. Na? Da, die Bilder werde ich gleich aufhängen. Ah, die kann ich hier lassen, so. Die kann ich auch hier lassen, aber hab ich jetzt keinen Slot da frei. Gut, dann mach ich jetzt erstmal so ein bisschen von den, von dem ganzen Material hier. Und zwar brauch ich vor allem Halbhölzer. Ja, das sollte reichen schon. Ja, ja. Ohne Treppe. Paar Treppenstufen. Ja, machen wir ruhig mal noch ne Lage, ja. Ja. Ja, ich denke, das sollte sogar reichen. Ja, das hab ich, das hab ich auch. Gut. Schauen wir mal eben. Ob wir den Zombie hier irgendwo finden. Das macht mich immer so leicht unterschwellig nervös, wenn im Hintergrund doch noch immer so blöde Mistviecher rumkreuchen. Da hab ich immer noch nicht die Wolle eingesetzt. Nee, komm. Jetzt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ist egal, mach ich sofort. Die Schlafkammer werd ich schon nicht vergessen, aber diese blaue Wolle, wenn ich sie jetzt nicht einsetze, dann setze ich sie niemals ein. Ich glaub, da hab ich jetzt aber jetzt schon seit zwei Folgen mindestens von gesprochen. Bisschen Lapis her, komm. Brauchen wir ja nicht viel. Genau. Dann ist das nämlich erledigt. Ja, hier die Treppe mach ich definitiv jetzt doch doppelspurig. Ich bin mir nur jetzt noch nicht sicher, ob ich den unteren Bereich nicht dann doch lieber aus Schönstein, Halbstein machen soll. Ich denke mal fast ja, also fast könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich das nochmal abreiße aus dem Holz da und nochmal neu baue, bis es nach draußen kommt halt und dann kann es hier ein Holz übergehen. So, guck mal, wie schön. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine schöne Schlafkammer? Ich hab mich jetzt entschlossen, diese Säulen, die wollte ich ja irgendwie aus Holzstämmen machen, hab ich irgendwann mal erzählt. ne, aber, äh, ich hab mich entschlossen, das jetzt doch so schlicht zu lassen, weil ich das irgendwie dann doch, ja, irgendwie, ist ja relativ einfach, ist ein schlichtes Gemäuer hier und da soll ich jetzt, möchte das jetzt nicht zu sehr aufpimpen, ne, und zu bunt machen. Hier hab ich mich entschlossen, auch einfach mal die Steine durchzuziehen, hab ich noch überlegt, ob ich da noch ein anderes Material für diese neuen in der Mitte hier nehme, aber nein. Ich lass es jetzt so. Ich find's gut. Ich möchte nur noch hier diese beiden Bilder aufhängen. Ach, warum nicht, ne? Äh, hol mal eben die Tür und eine Trittplatte baue ich mir, dann ist das auch drin und dann können wir nämlich noch die Stämme unter die Decke klatschen. Da hab ich auch noch was, das sollte ich hier noch direkt einsortieren. Ich muss auch, glaub ich, bis zur nächsten Folge ganz dringend, äh, mal wirklich meine ganzen Kisten sortieren. Ich hab jetzt hier vorne einen Raum, ich hab hier diesen kleinen Raum, ich hab unten in der Schmiedegasse schon so mehrere Doppelkisten und überall ist es durcheinander. Ja, vorne ist es relativ sortiert, aber die Quellen alle schon über und ich hab überhaupt keinen Überblick mehr, was ich alles besitze. Siehst du, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich hatte sie jetzt nicht gesehen, hab es schon wieder vergessen, ne? Also mit der blauen Wolle, das, äh, die hat es irgendwie. Äh, was wollte ich, eine Trittplatte? Hab ich denn hier welche da? Ne, müssen wir eben bauen. Mache ich natürlich aus, äh, Stein, damit man, ja, damit die nicht so auffällig ist. Hab ich jetzt gedacht. Obwohl das so natürlich auch gar nicht schlecht aussieht da, ne? Ich werd auch garantiert hier noch irgendwo einen Raum einrichten, wo ich ganz viel Netherrack verarbeite. So, als dekorativ. Weil, das, ich glaub, das muss man auch öfters mal machen. Man ignoriert den Netherrack so häufig, hab ich den Eindruck. Dabei ist der gar nicht so schlecht, so als Baumaterial. Äh, gut. Türe, 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 hier rein. Und natürlich die Trittplatte nur innen, damit außen nicht so Monster irgendwie die Tür aufmachen können. Zombies können das ja, aber indem sie sie einhauen, ne? Aber die, die anderen nicht. So ist perfekt. Äh, ne? Es reicht mir jedenfalls. So, dann hab ich da ein bisschen indirektes Licht eingebaut. Das ist aber schummerig. Ohne Fackeln könnt ihr das vergessen hier. Seht ihr das? Das ist viel zu dunkel. Und hab dann hier auch versucht mit indirektem Licht. Aber es sieht alles nicht so richtig, sieht alles nicht so richtig gut aus. Äh, weil mir gefällt auch dieses Muster jetzt da an der Wand. So, dann hab ich hier so Fußleisten unten dran, ne? Sehr schön, kann man das alles machen. Und jetzt fehlt eigentlich noch oben das Zeug, lege ich mir alles mal jetzt hier in das Arbeitsinventar. Ach, vielleicht so. Und dann kommen hier. Oing, 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 oing. Und dann hab ich da ein Lichtback, ne? Ja, ist klar. Gut, aber ich lass das jetzt mal. Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt hoffentlich doch mal endlich entfernt demnächst mal. So, und jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich mach mal eine Seite so. Durchgehen ja, dann ist das ganz schwarz da. Das ist so hässlich. Huah. Ne, komm, das reiß ich wieder ab. Das ist, ähm, solange die nicht entfernt sind, die Lichtbacks. Ich hab ja hier in Maka mehrere Stellen, wo ich das so machen möchte. Und das geht einfach nicht, weil es sieht so hässlich aus. Dann lass ich's lieber so. Die vorne an der Stufe, ja. Vielleicht kann ich da improvisieren, indem ich da einfach einen normalen Block reinsetze in die Ecke. Das gleicht das so ein bisschen aus. Und dann hat man auch kein Licht. Och, sieht auch gar nicht schlecht aus. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Jetzt nochmal einen draufsetzen, so als Test. Vielleicht bringt's ja was. Ja, ist nicht besser, ist nicht schlechter, ne, mit den Zusatztreppen. Aber ich lass das jetzt mal so. Ich lass das jetzt mal so. Ja gut, dieser Bereich. Oh ja, ich denke, aber es geht okay. Ich find das sehr schön so eigentlich. Jetzt holen wir aber schnell, bevor es... Vielleicht haben wir ja noch Glück und es ist noch Nacht, ja. Rennen wir hoch. Hol mal ein Bett schnell. Vielleicht schaff ich's. Hey, die... Oh, ist alles noch nicht fertig. Aber man kommt jedenfalls schon sehr schnell raus. Und dann muss man immer um die Kurve rennen. Oh, auch nochmal ein bisschen hochklettern, so. Sieht ihr, wie weit das ist? Ey, bis man nur nach oben ist. Ziemlich unpraktisch. Ja, die Brücke hier, die hab ich verbreitert. Ah, das wird aber knapp. Komm, ich will meinen Spawnpunkt setzen. Eieiei, das wird knapp. Das schaff ich, glaub ich, gar nicht. Komm. Ich wollte doch hier noch ein bisschen ein paar Sachen zeigen. Ach, du mein Neon. Renn doch auch mal. Ach. Ja, so schnell es geht jetzt. Vielleicht schafft man doch grad die letzten Minuten. Boah, ist das weit, ne? Hier direkt weiter. Ja, es geht auch nicht schneller jetzt über die Wendeltreppe. Das ist klar, aber... Ich dachte, es wär schöner. So, jetzt nochmal rennen. Bett hinstellen, komm. Ah, nee. Ja, schade. War ein Versuch. Jetzt hätten wir uns auch Zeit lassen können und oben nochmal ein bisschen gucken. Was esse ich denn jetzt mal? Mal ein schönes Brot zum Frühstück. Ach, ist doch schon wohnlich hier, ne? Dunkle Holz macht einiges her, so im Wohnbereich. Sag ich doch, ne? Ein paar Bilder an der Wand. Da brauche ich auch gar nichts mehr Grünes hier hinstellen. Das ist alles übertrieben. Grün ist überbewertet, ja? Hier. Grau ist das neue Grün. Äh, gut. In der nächsten Folge schaue ich dann einfach mal. Ja, die Treppe muss fertig gemacht werden. Unten müssen wir weitermachen. Ach, draußen ist noch eine Menge zu tun. Oben im Baum ist was zu tun. Auf der Ponderosa ist genug. Also Arbeit haben wir genug. Macht euch keine Sorgen. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüsskes. Tschüss. 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 Tschüss.